Fox und Ass. 22 Prozent, okay. Ach, das dauert nicht mehr lange. Tü-tü. Ups, Mikrofon im Weg. Mikrofon im Weg, sexy, oh yeah. Ach, Leute, ihr macht mir Sorgen. Jetzt hab ich gleich wenig Glück, aber ich hab echt gleich zwei neue Leute. Was ist denn da los? Direkt mal ein paar neue Zimmer erschließen hier. Was haben wir denn mal für Wendebau? Gar nichts. Weil niemand mehr Steine macht. Das forscht auch niemand mehr. Naja. Das sollten wir vielleicht mal ändern. Manuel! Es sieht nicht so aus, als hättest du gerade viel zu tun. Geh forschen. Es hat irgendwas zu tun. Und sonst... Jo. Passt. Tü-tü. Bist du schon mehr? Glücklich! Nein. Der ist noch nicht mehr, aber bald. Großhändler! Wer kann... ...handeln? Bad luck. Nee, Dominques. Woher immer sie ist. Komm mal bitte handeln. Da-da-ba-da-ba-da. Stolen from Africa. So. Mit was kann ich dich beglücken? Erstmal 5 Bier. Dann hast du noch eine Million Dromedar-Leder. Die Granitblöcke behalte ich jetzt mal. Den Hopfen. Ja, irgendwie braut niemand mehr Bier. Mit Bier würde ich mehr rauskriegen, als mit Hopfen. Naja. Medizin. Blastahl. Stahl. Der Preis für Stahl ist ein absoluter Witz. Der Preis... Guter Preis für Stoff. Ja, brauche ich glaube ich nicht drüber reden, dass das auch nicht wirklich eins gemeint zu sein scheint. Ansonsten hast du eigentlich nichts Interessantes. Vielen Dank. Wie so oft. Der Fox-Researcher ist vollständig geheilt. Könnte sie jetzt langsam mal anschließen, wenn ich das so sagen darf. Im Moment mal haben wir keinen Koch mehr. Weil, sag mal, Victor, kriegst du deine Scheißgrippe nochmal in den Griff? Hier sterben Leute wegen dir. Wegen deinem abgeschnittenen rechten Ohr. Ja, ich hab nicht drauf geachtet. Tut mir leid. Ein Ben. Wie wär's, wenn du mal kochst? Ersatzweise. Shit, Alter, da hab ich jetzt wirklich nicht nachgeguckt. Drei, drei, sechs. Wo ist denn Ben schläft, ja. Och, Ben, jetzt frisst du doch nicht das rohe Zeug. Sei doch nicht albern. Ja, bitte. Nein, 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 nein. Oh, ne Belagerung. Och, nee. Nee. Und vor allem wo. Oh. Nerf. Bauen die die sich jetzt echt hier auf? In der Lücke? Ja, da auf. Mit dem Scheiß. Das ist doch albern. Aber kein Problem. Das heißt kein Problem. Klar, ein Problem ist es schon. Nee, ich sag's nicht. Das ist ein böses Wort. Ja, Ben hätte eigentlich kochen müssen. Jetzt muss Ben da Leute kaputt boxen. Ist auch blöd. Ben. Wo ist denn MC Schnellfeuergewehr? Du Spasti, wenn du mal beigetreten wärst, könnte ich jetzt mit deinem Schießen 17 da richtig was reißen. Und Dominguez. MC Schnellfeuergewehr. Ja, und Victor ist eh für die Katz. Komm her. Bleib hier. Ja, Leute. Ihr müsst zu dritt reißen. Ich kann's nicht ändern. Ich kann euch den Manuel noch als Energieschildinfanterie mitgeben, mach ich auch. Wir machen das jetzt klar. Wir machen das klar. Also glaub mir mal. Glaub mir, Baby. Glaub mir. Wir sind eins, zwei, drei, vier, fünf. Das könnte übel werden. Ich kann's nicht ändern. Ich kann jetzt nicht riskieren, dass sie jetzt die ganze Zeit auf mich einbolzen da oben mit ihrem Scheißmörser. Wenn die treffen, nix. Aber trotzdem ist das ein bisschen ätzend. So, Freunde. Hier bin ich. Ihr merkt schon, dass ich da bin. Ihr wollt mich angreifen. Stimmt's? Kommt schon. Noch näher ran kann ich nicht, ohne dass ihr alle auf mich losstürmt. Ja, dann geh ich halt hier raus. Blatt. Oh, Gott. Du da hin. Du da hin. Direkt den ersten Treffer. Ich wusste es. Leute, das bringt überhaupt nichts. Der Typ arbeitet hier nur. Der da. Könnt ihr bitte die Leute, die gefährlich sind, abknallen und nicht irgendwelche Vollpfosten, die einfach nur ihren Scheißjob machen? Guckt ihn euch an hier, sein Energieschild. So geil. Oh, ja. Schieß dem eigenen Mann von hinten in die Rippen, verdammt nochmal. Piraten, der Gott-Group fliehen. Yes. Yes. Yeah, 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 yes. Yes. Yeah, 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 yes. Yes. Yeah, 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 yes. Halt's drauf. Los, komm. Die kriegt er noch kaputt. Jawohl. Kopfschuss, Alter. Auf dem Rückweg kriegst du noch einen. Ja, noch. Mach noch. Oh, ihr Feierer. Da unten ist noch einer. Kommt schon. Kommt schon. Kommt schon. Der. Ihr seid so scheiße. Der bewegt sich mit 0,8 kmh den Monat vor euch her. 0,8 kmh im Monat. Dieses Spiel. Dieses Spiel. Ehrlich. Deswegen haben sie Medizin dabei. Ein bisschen Eisen, was ich nicht brauche. Alterterie. Ich trage mal hier die Überlebensration weg. Kannst du die Medizin vortragen. Und du... Ach, ich weiß es doch nicht. Kannst du das Ding abreißen. Kannst du die Leute ausziehen. Genau. Du bist mein Leute-Auszieher. Ist noch einer umgefallen? Ist noch einer umgefallen? Nö. Dank der tatkräftigen Anti-Mithilfe natürlich nicht. Nein. Aber das war schon schick. Manuel müsste vielleicht mal operiert werden. Oder zumindest mal geflickt. Wurde geschnitten. Aber zumindest hat er keine Gliedmaßen verloren. Wie das ja so gang und gäbe ist bei euch Vollpfosten. Dass ihr plötzlich keine Arme mehr habt. Oder sowas. Oder keine Beine. Das ist noch viel schlimmer. Du fragst dich, was los ist. Zagt Bein weg. Kritischer Alarm. Schlechte Laune. Wer denn? Wer ist denn jetzt schon wieder angepisst, dass er sein eigenes Leben verteidigen konnte? Auch die Dumminkes. Und dann. Sehr müde. Ja, wenn du sonst keine Probleme hast. Gleiche gesehen. Ja. Sensibelchen, was. Das mit den Überlebensrationen passt mir im Übrigen ganz gut. Einfach, ja, weil. Weil das Essen gerade knapp wird. Da dachte ich mir, das passt vielleicht ganz gut. Die Überlebensration kann man nämlich auch mal eben ganz locker den Dings geben. Den Gefangenen. Und dann halten wir hier noch zwei, drei Tage durch. Das ist ja natürlich auch mal ganz nett. Leigh sticht da einfach ins Bett. Halt die Schnauze. Habe ich noch einen Arzt, der fit ist? Ja, beide. Ja gut, Victor hat Grippe. Der bleibt zerliegen und chillt. Bad Luck Henschman. Wo ist denn? Bad Luck ist erstmal. Sehr gut. Victor, steh auf. Tut mir leid. Mit deiner Scheißgrippe. Komm klar. Na ja, wer kümmert sich eigentlich um die hier? Niemand, ne? So, du willst auch erstmal schlafen. Na denn. Kann ja gar nichts schief gehen. Die verhungert. Mag das mal irgendjemand? Danke, Manuel. Das ist der Beste. Leute, 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 Leute. Es wird nicht besser mit euch. Ah, schön. Ein paar Leute sind wieder ganz toll. Victor ist wieder im Krankenwert. Ist ja okay. Er hat zumindest mal kurz was getan. Ach, du bist doch auch blöd. Hier ist kein Krankenwert. Leg ich da rein. Strunze. Geht's dir gut? Klar geht's dir gut. Geht's dir gut? Klar geht's dir gut. Euch geht's beiden gut. Warum? Weil ihr bei mir seid. Was ist denn? Ja, schön. Noch jemand? Shields. Hm. Okay. Du meine, du meine, du meine, du meine, du meine, du meine, du meine. Fang ihn. Wie, den kannst du auch noch fangen? Ist das irgendwie überarbeitet worden, das Fangsystem, dass man jetzt andauernde Leute fangen kann? Ohne, dass das Probleme macht? Äh. Dass da gefangene kranken wird. Und dann gibt's da direkt auch mal irgendwie eine leichte Verschönerung der Sachlage. Decoration. Und ne Stehlampe. Aber gegessen würde es stehen, weil du ein Depp bist. Bist du denn? Ach, Mädchen. Braucht unbedingt ein zweites Eingangstor. Ist ja schon krass. Und zack. Wer ist Lucky? Ah, stimmt. Da hat ja eben jemand gesagt, dass da Leute durchlaufen. Bad Luck konnte Fox nicht anwerben. Warum? Ach so, weil Bad Luck halt tendenziell scheiße ist. Ja gut. Da müsste man vielleicht mal jemand einschreiten. Dass da nicht die totalen Vollpfosten die Arbeit der Profis erledigen. Hä? Hä? Okay. Kann man jetzt mehrere Leute in ein Zimmer stecken? Hm. Oh, Verzeihung. Ich hab nicht aufgepasst. Ich hab wie so oft nicht aufgepasst. Naja. Tötyp. Leute, jetzt seht zu, dass hier mal wieder jemand aus den Gefängniszellen rauskommt. Das wird ja schon lächerlich. Es kümmert sich auch schon wieder verdächtig niemand um Anbauen von Sachen. Außer vielleicht hier drüben. Naja. Ja, bitte. Tötyp. Tötyp. Naja. Naja, naja, naja. Es wird doch so langsam. Da wird Hopfen gemacht. Hopfenbier, Hopfenbier. Das muss ich erst mal. Da wird gekotzt. Sehr schön. Kotz halt. Pfosten. Shields steht auf. Moment mal. Körper. Achso, es ist so behilfsmäßig gepflegt. Naja, okay. Da geht er wieder ins Bett. Ich mach das mal zum Krankenbett. Dann pflegt man dich vielleicht ein bisschen weiter. Ich hab gerade gefangen, ne? Kein Krankenbett. So, das wollte ich machen. Gut. Trag den halt da rüber. Wieder egal. Was denn jetzt? Behandlung benötigt? Warte. Warum? Ja, du voll voll... Ich kann's doch nicht ändern. Ich weiß doch nicht. Wenn ich sagte, er geht von selbst ins Bett, will sich auskurieren und steht dann plötzlich wieder irgendwo rum und auf einmal heißt Behandlung benötigt. Geh halt ins Bett. Naja. Shields hat eine Infektion am Oberkörper bekommen. Das ist schön für ihn. Vielleicht hilft ihm jemand. Wenn nicht, dann halt nicht. Wenn nicht, dann halt nicht. Let it go. Let it go. Drunken Cowboy Joe. Yippie-Ki-Yo. Ich kann ja mal gucken, was ihr überhaupt könnt. Fox war, glaube ich, so ein Allrounder. Ey Leute, jetzt holen die Leute endlich in die Basis. Es reicht mir hier mit den ganzen Gefangenen. Er ist so ein absoluter Nichtskönner. Also auch gut. Was ist ein Sanguiniker? Ah. Okay. Cool. Und er ist Nudist? Yes! Yes! Nudisten sind die allerbesten. Ganz ehrlich. Großartig. Beste Eigenschaft, die es gibt. Ist mal irgendwie mal gerade ein Händler in der Nähe oder so? Nee, ne? Ja, dann müsste irgendwie mal wieder jemand jagen gehen, weil sonst nippelt ihr alle ab. Jagen, drömmendare. Oder ist hier was zum jagen? Oder kann man hier noch was klauen?